Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. So, was haben wir hier? Hä? Wow. Ist das Murakas Statue? Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, weil so wie wir momentan mit Tränken darstellen. Jetzt haben wir ja nur noch zwei Tränke für Zauber. Und wir brauchen natürlich unseren Engwall. Wobei, Latenna haben wir die abgegradet. Nein, gut, dann wird's Engwall natürlich. So, Astel. Ah, fängt sehr schon gut an. Schnapp in dir. Ja. 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 Boah, wie er uns erwischt hat. Ernsthaft. Ziemlich in die Enge gedrückt hier. Ha! Die! Die! Oof! Give him! Meteorita! Fuck! Bam! Komm schon! Yes! Wir haben ihn gekillt! Ich glaub's gar nicht! Wir haben ihn gekillt! First try! Wir haben ihn tatsächlich gekillt! Das Problem ist nämlich, Site of Grace gibt's hier draußen nicht! Aber hier unten sind wir! Von da sind wir gekommen! Da sind wir weit gespült worden! Das Site of Grace ist erst hier, nachdem man ihn besiegt hat! Das heißt, im schlimmsten Fall muss man da beim Tempel von Lake of Rod, da bei dem Großen Kreuzgang hier hin, wieder den ganzen Weg runter! Schauen, dass man halt die... Ich meine die Kindred of Rod, die ignorieren einen, glaub ich, um dass sie nicht angreift! Dann kann man das bei einigen von denen vorbei! Ohne dass man zu viel an Zeugs wieder verbraucht! Aber... Ja... Ist doch schwierig, ne? Wir hatten nur noch zwei Magietränke! Aber es hat gereicht! Es hat gereicht! Oh! Jetzt hat man schon mal ein Level Up wieder! Wow! Für nicht mal 10.000 kriegen wir noch eins! Und... Haben wir! Wieviel fehlt uns noch? Ah, das geht so nicht aus mit den anderen! Aber wir probieren es einfach, egal! Das wird sich knapp nicht ausgehen, glaub ich! Jupp, da fehlt uns etwa 500! Egal, her damit! Außerdem sind wir immer noch in der falschen Rüstung, fällt mir gerade auf! Junge, da haben wir eh Glück gehabt! Da hätte er bei uns vielleicht sonst noch mehr Damage gemacht! Und da haben wir eh Glück gehabt! Junge! Na ja, wird mehr Leben! Er lebt auch noch immer! Wobei... Wobei... Na ja, nur so halb! Es geht zu Ende! Waren wir eigentlich schon da unten? Ja, waren wir! Ja... Ähm... Ja, Rune haben wir von denen nicht bekommen! Aber eine Erinnerung! Ja, das könnten wir haben! Ah, das kostet ja auch gar nix! Oder den Bogen! Heden Ausrüstung! Ja, da gibt es noch etwas aus! Amerika und Radana! Ja, okay! Ähm... Genau! Wart mal! Wir kommen ja jetzt hier hinten! Aber ich glaube nicht weiter! Wollen wir nachdenken, wie das war! Genau! Hier ist ein Siegel! Okay! Wir brauchen hier irgendeinen Ring! Aber ich glaube, ich weiß, wo wir diesen Ring herbekommen! Ist die Frage, sollen wir auf Nahkampf wechseln oder nicht? Ah ja! Weggeworfener Palast-Schlüssel! Dafür brauchen wir das! Und hier haben wir den Dunkelmond-Ring! Weggeworfener Palast-Schlüssel! Woher haben wir den herbekommen? Das weiß ich schon gar nicht mehr! Aber gut! Damit kommen wir jetzt nämlich hier durch! Oder? Ich glaube schon! Ah ja! Ist schon weg! Hier steht immer noch Lake of Rot! Jetzt sind wir ja gar nicht mehr dort! Das verschwindet dann von selber! Sobald wir den Ring haben! So! Und jetzt geht's hier nach oben! Weit, weit nach oben! Ein Höhenzähler wäre hier interessant! So, jetzt wird's für die Grafikkarte ein bisschen schwierig! Weil da gibt's ein bisschen viele Effekte zu rendern! Tiefer Brunnen! Mondlichtaltar! Jetzt sind wir nämlich hier oben! Und nicht hier drunter! Beim Dorf der Alpenorix! Und damit nähern wir uns so langsam dem Ende von Rani's Questreihe! So, hier gibt's jetzt wieder einiges zu entdecken! Hier sind zum Beispiel Drachen! Warte mal! Warte mal! Dass er zu Boden geht! Ja, der könnte nämlich sowas hier! Und zwar gleich! Doppelt! Doppelt! Jawoll! Irgendwas anderes drauf war! Versichtlich! Aber war er das? Da, ey! Hohoho! Oh, yes! Glück gehabt, dass er nochmal was drauf hat. So, da hinten sind aber noch weitere. Zumindest zwei sind noch dort. Schaut das da. Hey, hier war doch irgendwo... Hey, hier war doch irgendwo so ein Totenkopf mit einer goldenen Rune. Scheiße, die fallen mir jetzt wohl um. Ah ja, egal. So, was gibt's hier? Ruinen des Mondvolks. Das sind doch wieder diese... Dings unterwegs, die... Ah ja, genau. Die sind es hier wieder. Ah ja, genau. Na warte! Hier ist noch einer der Geekte. Jetzt war's das. Erstmal. Jetzt ist der Weg nach unten. Wir haben wohl alle erledigt. Dunkelschmiedestein 8 ist aber eh nicht so schlecht. Wir könnten unser Schwert vielleicht dann mal verbessern. Ja, können wir sogar. Schön, das machen wir gleich mal. Aber jetzt sind wir hier dann... Ja, hier sollten wir fertig sein. 4 ist noch immer dort. Gut. Gut. Dann können wir hier noch welche verbessern. Das schade ist sicher nicht für den Fall, dass wir den mal verwenden. Mondlichtaltar. So, jetzt kommt ein ganz besonders schwieriger Kampf. Naja, für den wir halt auch wirklich noch Magier sein sollten. Weil das werden wir so sonst nicht schaffen. Jetzt ist jetzt die Frage, ob Engwall der Richtige dafür ist. Das brauchen wir auch nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr. Weil hier ist nämlich Adulha wieder. Das ist der Drache, den wir gesehen haben, nachdem wir zu Rannis Turm gekommen sind. Nachdem wir den Dings besiegt haben. Die Gast von... Wie heißt sie? Gibt's nicht. Loretta heißt sie, genau. So. Naja, mit der hab ich immer Probleme. Also immer, ich hab's nicht erst einmal gesiegt. Aber das war ein schwieriger Kampf. Wow, 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 wow. Die kann nämlich auch ganz böse in den Nahkampf gehen. Komm, Engwall. Mach sie fertig. Keine Warnung. Okay, das war Gott sei Dank nicht der Angriff. Die Suche an einem Jahr. Scheiße. Ja, der Angriff ist ganz böse. Ja, der Angriff ist ganz böse. Ja, der Angriff schön stimmt. Okay, ist wieder zu weit weg. Okay, das war Zweier Dreck. Und dass dieser Felsen hier ist, ohne den hättest du überhaupt keine Chance. Oh, oh. Boah, gekappt ist, dass er sich nicht drauf hat jetzt. So, jetzt landest du da hinten. Das ist dann wahrscheinlich je gleich wieder zu weit weg, oder? Nein, diesmal nicht. Boah, schon wieder getroffen worden. Na klar. Das Problem ist, das Schwert schlagt nicht nur so zu einfach, sondern erzeugt auch noch so eine Frostwelle nach vorne. Und die ist halt jetzt durch den Stein durchgeklebt einfach. Und damit sind wir natürlich tot instant. Also der Angriff kriegt einen eigentlich fast immer instant. Also auch früher schon, wenn ich gegen die gekämpft habe, obwohl da war ich eben Nahkämpfer mit deutlich mehr Leben und Rüstung und alles. Und ja, instant tot einfach mit der. Und das Problem ist, dass er seit eng, weil er nicht ganz der Richtige ist, weil er Nahkämpfer ist. Aber ich glaube, auch Latenna wäre hier nicht besser. Oh, Scheiße. Ja, das habe ich zu spät gesehen. Scheiße, ein paar hat das auch schon zu ändern. Keine Zeit dazu dafür. Schon gar nicht dafür, dass mich die Uhr jetzt um den Vibrieren nervt. Und da kommt das Schwert. Und wir sind so gut wie tot. Okay, wir haben keinen One-Hit-Masel gehabt. Na gut, dass wir Frost haben jetzt im Jahr noch. Das heißt, ansonsten sind wir jetzt aber jeden Treffer tot. Ja, wir werden es eh nicht schaffen. Engwall ist nämlich auch schon wieder hier. Also der greift halt nicht richtig an. Aber wir versuchen mal möglichst weg zu sein. Und ja, als Nahkämpfer muss man dann. Dort sein soll jetzt immer tot. Oder auch nicht. Hat nicht alles getroffen. Jetzt kommt dann mal wieder irgendein... Okay, jetzt sind wir tot. Gut, Freunde, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage, bis zum nächsten Mal. Ciao. Für die müssen wir sich was anderes einfallen lassen.